Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 40. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute zum Thema Krisen mit und ohne Ende. Heute mein heutiger Studiogast hier bei mir Silvia Huml, stellvertretende Leitung der Telefonseelsorge Innsbruck, Ehe- und Familienberaterin, angestellt und freiberuflich tätig. Aber da kommen wir, glaube ich, dann noch näher dazu, was das genau heißt. Ja, meine Damen und Herren, heute die Sendung ist eine Live-Sendung. Das heißt, Sie können gerne, wenn Sie wollen, hier in der Sendung anrufen. Dann wählen Sie bitte, wenn es so ist. Dann kommen Sie live ins Studio und dann können Sie auch gerne mitdiskutieren, Fragen stellen oder einfach das sagen, was Ihnen wichtig ist. Meine Damen und Herren, so wie Sie es gewohnt sind, dass Sie sich wieder ein bisschen ein Bild vom heutigen Studiogast machen können, am Anfang der existenziellen Steckbrief. Silvia, geboren, was fällt Ihnen da ein dazu? Vor 52 Jahren in Füssen im Allgäu, weil meine Eltern auf der Tiroler Seite in Lecharschau bei Reutte gelebt haben zu dieser Zeit. Aufgewachsen? Aufgewachsen in Lecharschau, sieben Jahre und dann in Innsbruck. Silvia, was verbindest du mit deiner Kindheit? Mit meiner Kindheit verbinde ich viele Übersiedlungen und durch die Übersiedlungen, Abbrüche von Freundschaften, was schwierig war für mich als Kind, aber damit auch immer wieder einen neuen Beginn. Und dann? Wie ist es nachher weitergegangen, so nach deiner Kindheit bis heute jetzt, bis du da sitzt? Ja, und dann schon etliches an Leben in 52 Jahren, das heißt Schule, Ausbildung, zuerst Arbeit in der Bank, draufkommen, dass das nicht meins ist, um Kinderkriegen, meinen, damit hätte sich das mit dem Beruf erübrigt, draufkommen, dass das auch Irrtum ist, dass das dann doch zu wenig war, nach den drei Kindern Suche nach irgendwas Psychologischem, finden der Ehe- und Familienberater Ausbildung und dann versuchen da Fuß zu fassen und das ist auch gut gelungen, privat die Kinder aufwachsen sehen, aus dem Haus gehen sehen, stolz sein drauf, einen Enkel haben und ja, das Private immer nebenher schauen, dass das auch möglichst gut läuft. Ja, aber auch das ist ein, sage ich mal, ein sehr vielfältiger Lebensweg, oder? Wenn du sagst Bank, dann so bis zum Schluss praktisch Richtung Ehe-Familienberatung, ja? Ja, also Bank, das war nur so ein großes Intermezzo von vier Jahren, ja, war nicht meins. Habe ich auch gewusst, aber ich habe es halt nicht glauben können, was ich probiert habe. Okay, das war dazumal schon klar? Ja, das war eigentlich klar. Ich wollte immer Psychologie studieren, nach der Matura und habe in der Schule als Psychologie geliebt, diese Psychologik, die Logik, die in jedem Menschen ist, warum es logisch ist, dass er so wahr ist, wie er ist. Das hat mich immer fasziniert und aus privaten Gründen habe ich das dann nicht gemacht, also habe ich mich entschieden, nicht zu studieren und das ist mir aber geblieben. Und dann habe ich die Kinder gehabt und neben den Kindern zu studieren, war man dann zu steil. Also dieser Unibetrieb neben drei kleinen Kindern, da habe ich mich drüber ausgesägen. Und bin dann auf diese Ehe- und Familienberaterausbildung gestoßen und das hat mich dann fasziniert und das habe ich dann gemacht. Und zu der Zeit habe ich aber schon Telefonseelsorgeausbildung gemacht. Also eigentlich war die Telefonseelsorge mein erster Schritt aus diesem Muttersein hinaus wieder in was anderes. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, nein, ich möchte da auch mehr machen. Also ich möchte das nicht nur unter Anführungsstrichen ehrenamtlich machen, sondern ich möchte da beruflich auch mehr machen. Wie bist du da überhaupt zur Telefonseelsorge gekommen? Zur Telefonseelsorge bin ich gekommen, weil das damals im Bezirksblatt ein Bericht drinnen war, dass die Telefonseelsorge ehrenamtliche Mitarbeiter sucht und eine Ausbildung anbietet. Und ich habe das gelesen im Bezirksblatt und habe mir gedacht, das wäre eigentlich gut, weil ehrenamtlich das könnte gehen. Die Ausbildung ist auch so, dass das am Abend und am Wochenende ist. Und ich habe mir gedacht, das könnte gehen. Und wie mein damaliger Mann am Abend heimgekommen ist, habe ich zu ihm gesagt, du, das habe ich gelesen und das würde mich interessieren, was er davon haltet. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, ja, mach das, weil ich telefonieren kann, ist gut. Ja, okay, okay. Ja, dann habe ich das angefangen und das hat mir dann total gut gefallen, weil ich dort das erste Mal nach vielen, also nach etlichen Jahren, wie ich das Gefühl gehabt habe, Silvia zu sein und nicht Frau von und Mama von, also so außer aus diesem familiären und das erste Mal wieder mich mit mir selber befasst habe und es auch um mich gegangen ist und nicht immer nur um Familie. Und das hat mir total gut getan und total gut gefallen und dann bin ich auch hängen geblieben. Und die Telefonseelsorge hat mich dann auch durch etliche Krisen in meinem Leben begleitet. Dieses Beziehungsgeflecht in der Telefonseelsorge war dann ein wichtiges Netz für mich in schwierigen Jahren. Und dann bin ich dem treu geblieben und dann nach zehn Jahren Ehrenamt hat sich die Möglichkeit ergeben, dass sie hauptamtlich arbeiten kann und angestellt wäre, eben in dieser Funktion der stellvertretenden Leitung. Und das habe ich dann gern angenommen und mache das bis heute mit Begeisterung, muss ich sagen. Also das ist schon was, wofür mein Herz schlägt. Telefonseelsorge ist ganz ein wichtiger Teil in meinem Leben. Okay. Ja, bevor wir da noch näher eingehen, ich glaube, das ist ja ganz, ganz ein umfassendes Thema oder ein Haufen Themenkomplexe eigentlich, was, ich könnte mal voraussagen, wahrscheinlich diese Stunde sprengen wird vom Inhalt her. Vielleicht das letzte Frage noch von dem existenziellen Steckbrief. Silvia, was machst denn du sonst gern? Oder ist es rein, dass du sagst, 100 Prozent von deinem Leben ist Telefonseelsorge? Nein, das ist es natürlich nicht. Also das beruflich teilt sich dann eben auf in Telefonseelsorge und diese Anstellung und in freiberufliches Arbeiten, das ist, da ist das Hauptstand bei Altenarbeit und also Geschichten halt in diese Richtung und auch Einzelberatungen. Und dann der große private Teil, der mir auch ganz wichtig ist, das ist, das heißt, Beziehungen, Leben zu den Menschen, die mir wichtig sind. Und das ist mein Partner, wo mir die Beziehung zu ihm sehr wichtig ist und besonders deswegen, weil er in Osttirol ist und wir uns nicht immer sehen. Und dann natürlich die Beziehung zu meinen Kindern, weil ich mir immer denke, sie sind so das, wo mein Leben weitergeht und wo sich das, was ich tue, irgendwo auch widerspiegelt, stimmt jetzt nicht ganz. Aber ich denke mir, es gibt nichts, wo man so viel Einfluss hat wie auf die eigenen Kinder, solange sie klein sind und wenn sie dann groß sind, sieht man, was draus wird. Und das finde ich ganz spannend und das ist mir ganz wichtig. Und jetzt natürlich mein Enkel, also mein Erstenkel, das einfach wunderschön ist zu sehen, wie der jetzt sich entwickelt und aufwächst und ich hoffe, dass er nicht der Letzte wird, bin mir auch sicher. Und das ist mir schon sehr wichtig. Familie und Beziehung ist mir ganz wichtig. Silvia, was tät an dieser Stelle gut als Musik passen? Ja, ich denke mir, It's a beautiful day von Queen, weil ich finde, dass es schön ist, auch heute da zu sein. Ja, okay. Und Silvia, vielleicht reicht mir noch ganz kurz nach. Was war denn das Eingangslied? Das Eingangslied von James Blunt, Carry Your Home, ist ein Lied, das uns, also uns heißt in diesem Fall, meine beiden Töchter und mich sehr begleitet hat durch die Zeit, als meine Mama gestorben ist. Und wir waren, also wir waren alle dabei, wie sie gestorben ist und dieses Lied war zu der Zeit auch aktuell. Und vom Text her verbindet uns das einfach immer mit dieser Zeit. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt vielleicht diese Sendung auf YouTube oder iTunes hören, dann wundern Sie ihn nicht. Sie werden die Musik nicht hören. Sie haben am Anfang die Musik nicht gehört. Sie werden jetzt die Musik nicht hören. Aufgrund von Copyright-Thematiken ist mir nicht möglich, über diese Plattformen die Musik mit auszustrahlen. Für alle Hörer, Hörerinnen, die jetzt live zuhören auf Freirat, www.freirat.at, Sie können natürlich die Musik hören. Und für alle anderen vielleicht noch die Information, auch in Zukunft, wenn Sie die Sendung live hören wollen, dann schalten Sie ein, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr auf Freirat. Lokal in Tirol auf verschiedenen Frequenzen sowie im Internet unter www.freirat.at auch als Stream abrufbar und am zweiten Montag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Aber jetzt, wie angekündigt, Queen, it's a beautiful day. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung hat ja den Titel Krisen mit und ohne Ende. Also, ich finde mal ganz eine interessante Betitelung der Sendung. Ich habe mir im Internet nachgeschaut im Duden und habe da geschaut, was steht denn da zum Thema Krise drinnen. Und da sieht man, ja, unter Krise folgendes. Es steht da drinnen, schwierige Lage, Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Dann Strichpunkt, Schwierigkeit, kritische Situation, Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins. Ist ein bisschen sehr allgemein gehalten. Aber wie ist denn, Silvia, wie würdest du Krise definieren? Beziehungsweise, wie bist du überhaupt zu einem Titel gekommen? Ist ja ein ganz interessanter Titel. Also, auf den Titel bin ich gekommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass das Hauptthema Telefonseelsorge ist, warum ich da bin oder was ich mitbringen möchte als Hauptthema. Und da haben wir dann gedacht, was umschreibt die Situation unserer Anrufer möglichst kurz und bündig. Und wenn ich jemandem erzähle, auch wenn ich bei der Telefonseelsorge sage, dann denken ganz viele Menschen gleich an schlimme Situationen, an Krisen, an Suizid. Und an das, dass wir Anrufer haben von Menschen, denen es deswegen schlecht geht, weil es momentan ganz furchtbar in ihrem Leben ist. Und das stimmt nur zum Teil. Also, wir haben natürlich solche Anrufe, aber wir haben ganz, ganz viele Anrufer auch, denen es nicht nur jetzt schlecht geht. Und das keine Krise ist, die für mich per Definition am Anfang und am Ende hat. Also, Krisenzeit ist eigentlich nie so lang. Aber Menschen, die uns anrufen, sind oft eben in ganz langen Krisenphasen und beziehungsweise in Phasen in ihrem Leben, wo es ihnen ganz schlecht geht und das lang, also bis zu Jahren andauert. Und darum bin ich auf das gekommen, dass diese Krisen eigentlich oft anscheinend kein Ende haben. Also, zum einen kein Ende und zum anderen sagst du extra mit und ohne Ende. Also, es gibt schon einmal wieder Anrufer, die Krisen mit Ende auch haben, oder? Ja, es gibt Menschen, die uns anrufen, weil sie wirklich in einer Krise sind, weil irgendein plötzliches Ereignis in ihrem Leben stattgefunden hat, das sie aus ihrem Alltag rausgerissen hat und sie in eine Krise stürzt. Oder auch, sie sind in Lebenskrisen im Sinn von Entwicklungskrisen, also Scheidungen oder Todesfälle in der Familie oder Verlust von Arbeitsplatz und solche Ereignisse, die plötzlich kommen und die Menschen in Krisen stürzen. Aber das ist eben nur ein Teil. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn so generell bei der Telefonsäule? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wir sind momentan fast 90 Mitarbeiter. Das ist sehr viel. Wir sind rund um die Uhr besetzt. Wir haben den Status einer Notrufnummer, also die 142 ist eine Notrufnummer. Das heißt, wir müssen auch und wollen auch rund um die Uhr besetzt sein. Und am Abend sind wir teilweise sogar doppelt besetzt. Und diese ehrenamtlichen Mitarbeiter machen circa zwölf Stunden im Monat Dienst, absolvieren Ausbildung vorher, werden dann begleitet durch Supervision und Fortbildungen und stellen einfach einen Teil ihrer Freizeit zur Verfügung, um da am Telefon zu sitzen und für Menschen da zu sein. Und wer, wer kann so generell bei euch anrufen? Jeder. Also jeder, seit vielen Jahren jetzt auch kostenlos. Das war früher nicht möglich und dann war es schon schwierig, weil sich das nicht alle leisten haben können, da längere Gespräche zu führen, aus den Bezirken vor allem. Inzwischen ist es kostenlos und das heißt, das kann wirklich jeder anrufen. Im Raum Tirol. Also es gibt eine neue Telefonsaison in Österreich und das wird automatisch geroutet. Wenn man in Tirol ist, kommt man automatisch nach Innsbruck und in den anderen Bundesländern halt dann zu den jeweiligen Stellen. Sollte man jetzt von Salzburg aus in Innsbruck anrufen wollen, müsste man die Vorwahl wählen und dann ist es auch nicht mehr kostenlos. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst, rund um die Uhr ist es besetzt. Ich kann mir das vorstellen, es kann nachher teilweise vielleicht so sein, oder wenn jetzt mehrere zur gleichen Zeit anrufen, gibt es da eine Warteschleife? Nein, dann gibt es keine Warteschleife, sondern kommt man aufs Bantel und auf dem Bantel wird gesagt, dass momentan ein Gespräch ist und dass man bitte später wieder probieren soll. Das ist blöd und das ist uns auch bewusst, aber das lässt sich jetzt einfach nicht ändern. Darum versuchen wir eben seit schon fast zwei Jahren jetzt den Abend doppelt zu besetzen. Also dass der Abenddienst, dass da zwei Mitarbeiter da sind, damit es leichter möglich ist, durchzukommen. Und ansonsten muss ich nur wirklich darum bitten, nicht aufzugeben und es einfach zu probieren, weil wir sehen, wenn Anrufe einkommen und versuchen dann schon, wenn es geht, das Gespräch dann zum Ende zu bringen und zu schauen, dass der nächste einer kommt. Und Silvia, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da ein Büro, wo die Leute dann sitzen? Oder sie haben die ihr Handy und sind dann privat in ihren Räumlichkeiten? Oder wie schaut das aus? Nein, Gott sei Dank nicht. Da bin ich sehr froh drum, weil daheim, glaube ich, wäre das von der Psychohygiene her nicht so günstig. Wir haben eine Wohnung in Innsbruck, wo verschiedene Räume sind, Büroräume und eben auch dieses Dienstzimmer. Und das ist eben so der Charakter einer Wohnung, weil das auch für die Mitarbeiter ganz wichtig ist, dass sie sich da wohlfühlen. Und das ist auch uns wichtig, also dass das dort gemütlich ist und es gibt eine Küche und es gibt immer einen Café und wenn sie wollen, können sie dort frühstücken nach dem Nachtdienst. Und das ist auch so ein bisschen ein Austausch vor dem Dienst und nach dem Dienst. Und die gewissen Stunden sind mir Hauptamtlichen auch da und auch für die Mitarbeiter da. Also das ist recht, ja, wohnlich. Und wie ist da so die Auftragung, weil du sagst so zum einen hauptamtliche Mitarbeiter und zum anderen freiberufliche. Wenn du sagst so diese 90 Personen, wie viele davon sind hauptamtlich? Also die anderen sind ehrenamtlich. Wir sind drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen mit 60 Wochenstunden. Also 30, 20, 10. Und es gibt ja auch die Online-Beratung. Also es gibt nicht nur das Telefon, sondern auch Online-Beratung. Da sind alle österreichischen Stellen dran. Also wenn man uns über die Online-Beratung anschreibt, dann wird das nicht bundesländermäßig zugeordnet, sondern dann kommt man einfach zu irgendwem in Österreich. Und wir haben da auch momentan fünf Mitarbeiterinnen, die in dieser Online-Beratung tätig sind. Und was ist da Online-Beratung? Also das ist wie eine E-Mail-Beratung. Okay. Also nicht kein Chat, sondern E-Mail-Beratung. Und da kann man hinschreiben, also das ist so ein geschütztes Briefkastensystem, wo man sich einloggen kann und wo dann einer der Berater sich diese Nachricht holt und dann bleibt man aber zusammen. Also wenn man dann wieder schreibt, dann entwickelt sich das so, dass man immer demselben Berater schreibt und nicht zu jemand anderem kommt. Und innerhalb von 48 Stunden längstens wird das Mail beantwortet. Wie ist da von der Verschwiegenheit oder von der Geheimhaltung? Ja, doch das, dass man sich einloggt mit einem Nickname, ist das genauso anonym. Also da weiß man nicht, wer das ist. Und der weiß auch nicht, wer der ist, der antwortet nicht. Also der kann sich dann auch mit einem Nickname melden oder unterschreiben sozusagen. Weil ich denke mir, das ist ja auch so das Wichtige bei euch, oder? Man ruft an, man ist anonym, man braucht keine Angst haben, dass jemand anderer dann den Namen oder wie auch immer von einem weiß. Genau, man muss sich auch nicht mit Namen melden. Auch wir melden uns nicht mit Namen. Also das ist wirklich sehr, also dieses Gut der Verschwiegenheit und der Anonymität ist uns ein sehr hohes und da sind wir auch sehr bedacht darauf, dass das so bleibt. Sie werden an dieser Stelle. Was wird denn da wieder gut für Musik passen? Ich hätte jetzt ganz gerne den Cat Stevens mit The First Cut is the Deepest. Wie kommst du auf den? Ja, weil ich mir denke, so in Sachen Krisen, ich denke mir, das ist auch, wenn man eine Krise das erste Mal durchlebt, also man kann ja ähnliche Krisen öfter haben, aber ich glaube, das erste Mal ist das Allerschlimmste, weil man noch keine Umgangsformen für sich gefunden hat und entwickeln hat können, wie man damit umgeht. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen in Tirol sowie als Live-Sendung auch unter www.freirad.at, da können Sie es als Internet-Stream abrufen und wie hier jetzt zuerst angefangen hat, unter www.sing-los.at schrägstrich sing-los finden Sie noch mehr Informationen zur Sendereihe. Das heißt, die ganzen vergangenen Sendungen sind dort verfügbar, Sie können alle abrufen und Sie können sich informieren über neue Sendungen. Auch können Sie mir gerne eine E-Mail schicken, wenn Sie sich selber für irgendein Thema interessieren beziehungsweise vielleicht auch live in die Sendung kommen wollen. Also bitte auf alle Fälle melden. Das heutige Thema, Krisen mit und ohne Ende. Silvia Huml, die stellvertretende Leitung der Telefonseelsorge Innsbruck, ist bei mir zu Gast im Studio. Silvia, wir haben jetzt davor so geredet, wie Leute generell zu euch kommen. Wir haben so von der Online-Beratung zum einen als eine Möglichkeit geredet, wir haben zum anderen so Richtung Telefonseelsorge mit Anrufern, oder, dass die Leute anrufen können bei euch anonym. Und da, sage ich mal, denen wird dann bei euch geholfen. Wie können wir uns vorstellen, wie funktioniert da die Hilfe? Oder wieso hilft das einem Menschen, wenn er bei euch anruft? Also wir unterscheiden zwischen, im Groben, zwischen zwei Gesprächsarten. Das eine ist die Krisenintervention, die schon zupackend ist und wo man versucht, den Anrufer bildlich gesprochen wirklich an die Hand zu nehmen und zu halten und ihn durch eine schwierige Nacht zum Beispiel zu bringen, wo man mit ihm auch ganz konkret bespricht, was er jetzt als nächstes tut. Die anderen Gespräche, und das sind die, die viel, viel häufiger vorkommen, sind die Gespräche mit diesen Menschen, die eben so in einer Krise ohne Ende sind. Und da denke ich mir immer wieder und immer mehr, und je länger ich das mache, ist das Wichtigste, zuzuhören. Und sich keine Vorurteile zu haben, sich einzulassen auf den, der da anruft und zuhören, um drauf zu kommen, wie es für ihn wirklich ist. Weil ich habe, Gott sei Dank, noch nie in meinem Leben eine Depression gehabt. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man schizophren ist. Ich habe auch über ganz viele andere Dinge, habe ich keine Ahnung. Aber die, die da anrufen und in der Situation sind, die wissen es. Die sind die Fachleute und die wissen, wie es ihnen geht. Ich weiß das nicht. Und ich will herausfinden, wie das ist. Und ich will, dass wir denen das erzählen. Und für das muss ich zuhören. Und das Erste und das Wichtigste, was die Mitarbeiter lernen in unserer Ausbildung, ist, dass sie zuhören lernen und keine Lösungen anbieten. Weil die muss der Anrufer selber in sich finden. Ich kann versuchen, mit ihm hinzukommen zu dieser Lösung, die er in sich trägt, dass man sie gemeinsam erarbeitet oder gemeinsam außerwollt, sozusagen. Aber ich kann sie nicht wissen für den anderen. Ist das schwer? Ich denke mal zum einen so auf der Seite von euch, oder? Wir sind ja sonst teilweise richtig dazu getrimmt, gleich was drauf zu sagen, oder? Sehr viele Kommunikationen laufen so ab, dass einer sagt was, der andere hört gar nicht richtig zu, sondern ist ganz stark mit dem beschäftigt, was er jetzt drauf sagen soll. Genau. Ganz genau. Und das ist auch bei uns natürlich sehr verführerisch. Man hört was und denkt sich selber sofort seins und will das sagen und hört. Aber damit zwei Drittel von dem, was der andere sagt, hört man schon nicht mehr. Weil man selber schon in seiner Spur ist. Und das ist ganz viel Übung, sich da zurückzuhalten und sich wirklich auf den anderen einzulassen und zuzuhören, was der sagt. Und wir sagen immer, je länger jemand mitarbeitet, umso weniger redet er am Telefon. Und das ist wirklich so. Und ist nicht teilweise aber auch, sage ich mal, strange für den anderen, der was anruft, der was vielleicht so sozialisiert worden ist in seiner Welt, dass ich rufe an und bekomme dann eine Lösung und dann rufe ich aber jetzt da an und der hört mir zu, aber gibt mir keine Lösung. Also ich würde sagen, dass die wenigsten die Lösung wollen. Es gibt manche, die sie einfordern, also die dann sagen, ja, was sagen denn sie, was soll ich denn jetzt tun? Aber das sind wenige. Und da denke ich mir, ist dann eher zu hinterfragen, warum das für ihn so wichtig ist, die Lösung vom anderen zu kriegen und was ihn darin hindert, selber drauf zu kommen, was ihm gut tut. Also wieder zu diesem Spüren zu bringen, es selber zu spüren, was jetzt gut ist oder nicht. Ich meine, ich kann dann Varianten durchbesprechen und ihm so dabei helfen und ihn oder sie dabei unterstützen, zu spüren, was gut wäre. Aber die meisten wollen keine Lösung. Also das ist, glaube ich, nicht, wenn man das jetzt irgendwie ausforschen könnte, glaube ich nicht, dass die Leute bei uns anrufen und meinen, sie kriegen da die Lösung. Es sind ein paar, aber nicht viele. Sondern sie rufen, so wie du sagst, an, weil da ist jemand, der interessiert sich für sie, der hört zu. Genau. Und sie können einmal einfach über das reden. Oder sie können auch über Sachen reden mit denen, wo sie mit anderen Menschen nicht reden können, weil die die beteiligten Personen kennen, zu nah sind, verstrickt sind in die Geschichte, was ja immer. Also diese Anonymität, auch mit jemandem zu reden, der nichts weiß von dem allen und niemanden kennt, das hilft dabei, frei reden zu können und setzt auch die Hemmschwelle nach unten. Also dass man nicht Hemmungen hat, über das zu reden. Weiß man das, ob es auch Leute gibt, die was dann öfter anrufen oder rufen die Leute jetzt einmal an und ja, dann habe ich jetzt einmal angerufen oder gibt es auch Leute, wo du sagst, da wissen wir, die rufen ganz, ganz regelmäßig an? Wir haben relativ viele Anrufe, die regelmäßig anrufen, für die wir so eine Form der Alltagsbegleitung sind und wo wir auch glauben und hoffen, dass wir sie durch die Anrufe bei uns in ihrem Alltag erhalten. Also das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, die aufgrund ihrer Erkrankung sich schwer tun, andere Beratungsangebote anzunehmen und wo die Telefonseelsorge das anbietet, was sie brauchen und was sie schaffen. Mehr, also mehr an Verbindlichkeit würden sie nicht schaffen. Also wir haben Anrufer, die regelmäßig anrufen und mit denen wir oft reden und wo wir täglich versuchen, sie über diesen Tag zu bringen. Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden von Viktor Frankl. Meine Damen und Herren, wenn Sie regelmäßig die Sendung hören, dann wissen Sie, dass mir in dieser Sendung ja ganz viel um dieses Konzept der Logotherapie und Existenzanalyse geht. Viktor Frankl als Begründer dieser Richtung hat einmal gesagt, die Aufgabe wechselt nicht nur von Mensch zu Mensch, entsprechend der Einzigartigkeit jeder Person, sondern auch von Stunde zu Stunde gemäß der Einmaligkeit jeder Situation. Das heißt also, ja, vielleicht lassen Sie es auf der Zunge zergehen, ich sage Ihnen vielleicht gar nicht jetzt, was es heißen könnte, für jeden heißt es was anders. Silvia, was können wir jetzt an der Stelle noch spielen? Nachdem wir eingangs jetzt, also von dieser Gesprächshunde davon geredet haben, wie schwierig es oft ist, den anderen zu verstehen, würde ich jetzt gerne in Joe Cocker mit der Und Light Me Beam ist anders dort. Meine Damen und Herren, an Sie noch einmal den Aufruf, wenn Sie hier im Studio sein möchten, dann können Sie mir eine Mail schreiben. Wenn Sie heute sich einfach auch beteiligen wollen an der Sendung, wenn Sie Fragen haben, auch an den heutigen Studiogast, bitte rufen Sie an. Jetzt haben Sie noch Gelegenheit, nicht mehr so lang, weil es ist jetzt eh schon fast dreiviertel neun, also wir haben noch eine Viertelstunde. Die Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen noch einmal. 0512 56 02 91 11. Aber jetzt kommen wir zu Joe Cocker, jetzt muss ich gerade schauen. Ah, okay, Nummer 7, Dankeschön. Meine Damen und Herren, in der heutigen Sendung von Der existierende Mensch dreht sich es um Krisen mit und ohne Ende. Ich diskutiere hier heute mit Silvia Huml, der stellvertretenden Leitung der Telefonseels OG Innsbruck. Silvia, du hast davor ganz viel erzählt, wie das bei euch abläuft, wie es organisiert ist, so die Telefonseels OG. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast gesagt, so von den Personen, jetzt zwischen dem, wo wir jetzt das Lied eingespielt haben, haben wir kurz drüber geredet. Wer ist denn das, die dann da sitzen in dieser Wohnung und die Anrufe entgegennehmen, seien es als Fachpersonen, seien es Psychologen, Psychotherapeuten, wer ist denn das, wie können wir uns das vorstellen? Das, was Telefonseels OG auch auszeichnet, ist das, dass da Leute sitzen, die eine Ausbildung haben, nämlich unsere Ausbildung, die dauert ca. ein Arbeitsjahr, aber die keine Fachleute in dem Sinn sind, dass sie das studiert haben, keine Psychologen, keine Therapeuten. Die einfach Menschen sind, die sich für andere Menschen interessieren, die sich ehrenamtlich engagieren wollen aus unterschiedlichsten Gründen. Also manche schon auch als Berufsvorbereitung oder als Praktikum für ihre Ausbildung, die so dazukommen, aber auch welche, die zum Beispiel sagen, mir geht es so gut, ich habe so Glück in meinem Leben und ich will irgendwas druckgeben. Und die sich aus dem Grund melden. Und die sind vom beruflichen Hintergrund wirklich fast alles, was man sich vorstellen kann. Also die kommen aus den unterschiedlichsten Berufen aus dem Handel oder aus Bürotätigkeiten und Frauen, die daheim sind bei den Kindern oder Pensionisten, die irgendwie da eine sinnvolle Tätigkeit sehen. Also das ist ganz unterschiedlich und das ist, glaube ich, ganz eine große Qualität der Telefonsäge, dass da unter Anführungsstrichen ganz normale Menschen sitzen, die auch auf dieser Ebene den Menschen, die anrufen, begegnen. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass da der eine oder die andere vielleicht auch Interesse daran hat. So sagt, das würde mich auch interessieren, das wäre was, das wäre was für mich. Wie könnte sich derjenige, wie schaut der Ablauf bei euch aus? Also es ist so, dass wir in zwei Jahren die nächste Ausbildung starten werden und es kann sich aber jeder schon jetzt melden, also uns entweder Mail schreiben über telefonseelsorge.dibk.at oder bei uns anrufen. Und wir zurückrufen, wenn von uns niemand da ist und wir notieren uns die Daten und melden uns dann, wenn wir die Ausbildung konkret planen. Und dann läuft es so ab, dass es ein Auswahlgespräch gibt und ein Bewerbungsbogen, der ausgeschickt wird mit Infomaterial, mit den Terminen der Ausbildung, weil es ist dann doch dieses Dreivierteljahr recht intensiv mit Abendeinheiten und vier Wochenenden. Und ja, und dann kann man an dieser Ausbildung teilnehmen und dann Mitarbeiter bei der Telefonseelsorge werden. Was kostet die Ausbildung? Die Ausbildung kostet nichts. Die Kosten tragen wir, also beziehungsweise die Diözese Innsbruck, zu der wir ja gehören. Das Einzige, was man selber zahlen muss, ist die Unterkunft und das Essen in dem Bildungshaus, wo die vier Wochenenden stattfinden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für den einen oder anderen Hörer das irgendwo Interesse wecken könnte. Meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen eh immer wieder mal in den vergangenen Sendungen gesagt, mir geht es bei der Senderei ganz, ganz viel um den Bereich Sinn. Sinn im Leben. Viktor Frankl hat es einmal so bezeichnet, dass Sinn jeweils die beste Möglichkeit in der jeweiligen Situation wäre. Und er hat so etwas beschrieben wie drei Prachtstraßen zum Sinn. Er hat zum einen so den Bereich der Erlebniswerte, das heißt, wo, wo machen wir was, gehen wir voll und ganz immer Leben auf. Dann die Einstellungswerte, so wie ist unsere Einstellung zum Leben, wo ist das, was wir erlebt haben, wo greifen wir auf was Vergangenes auch zurück, was ganz, ganz wichtig ist für uns. Und die schöpferischen Werte, das heißt, wo bringen wir was Neues ins Leben, was vielleicht so noch nie da war, beziehungsweise für uns ganz, ganz speziell ist. Und ich denke mir gerade so in diesem Bereich, Telefonseelsorge, mit dem für andere da zu sein, zuzuhören, über sich hinaus zu wachsen, indem man das jetzt vielleicht ganz anders macht, indem man dann draufkommt, war das kann ich auch. Das hat mich vielleicht am Anfang extrem überfordert, aber jetzt habe ich einen Umgang damit gefunden. Ich denke mir, da sind wir ganz, ganz zentral in diesem Bereich, in diesem Sinnbereich eigentlich von Viktor Frankl. Sibia, so am Ende der Sendung, ja, wir müssen leider zum Ende kommen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wahrscheinlich werden wir gar nicht einmal alles unterbringen in der Sendung, ganz klassisch, also auch heute. So am Ende möchte ich Ihnen, bevor die Sibia noch was sagt, auch nochmal ganz kurze Informationen geben, dass die nächste Sendung am 1.10. stattfinden wird, wieder von 20 bis 21 Uhr, hier auf Freirat. Dann zu dem Thema berufliche Neuorientierung, Veränderung. Peter Reicheis wird im Studio zu Gast sein und ja, ihn zeichnet ein bisschen aus, dass er so gerade so das berufliche Leben sehr, sehr umstrukturiert hat, so von einer angestellten Tätigkeit, dann in einer selbstständigen Tätigkeit. Und da werden wir ein bisschen so auf diesen Lebensweg eingehen und auf den Bereich der Veränderung und vielleicht auch, was für Potenzialveränderung hat, eingehen. Sibia, jetzt haben wir zuerst ganz viel so über eure vielleicht zukünftigen Mitarbeiter, beziehungsweise die jetzigen Mitarbeiter, die was dabei sind, einfach auch geredet, wer das ist, wenn man anrufen kann, wer da am Telefon sitzt. Aber ich glaube, es könnte auch sein oder wird wahrscheinlich sein, dass auch andere Menschen an den Hörern sitzen, die, sagen wir mal, potenzielle Anrufer bei euch wären, die vielleicht zurzeit in einer Krise stecken. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du würdest denen das gerne auf den Weg geben? Also ich denke, dass es in Krisen und wenn man an Tiefpunkten ist, ganz wichtig ist, dass man nicht aufgibt, dass man sich nicht aufgibt, dass man auch den Glauben daran nicht aufgibt, dass es besser werden wird. Und mir gefällt es sehr gut, diese Überlegung, wenn man irgendwann auf diese Krise zurückschaut und weiß, wozu diese Krise gut war, das heißt, an den Sinn darin erkennt, dann weiß man, dass man durch die Krise durch ist. Und solange man nach dem Warum fragt, schaut man zurück. Wenn man Warum fragt, schaut man immer nach hinten. Und wenn man Wozu war es gut, dann richtet man den Blick wieder nach vorn. Und ich wünsche einfach jedem, der in einer Krise ist, dass er die Kraft hat und das Durchhaltevermögen, so lange durch die Krise durchzugehen und die Hoffnung nicht aufzugeben, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird, wo er weiß, wozu es gut war und wo er zurückschauen kann und sagen kann, und jetzt geht es mir wieder besser. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle einen weiteren sinnvollen Abend. Silvia, möchtest du noch kurz was sagen? Ich möchte mich bedanken, dass ich da sein habe dürfen, dass du mich eingeladen hast, das hat mich total gefreut. Und ich finde es spannend, ich finde die Themen spannend und will einfach Danke sagen und allen einen guten Abend wünschen. Was spielen wir noch zum Schluss? Zum Schluss spielen wir noch vom Soundtrack von City of Angels, von U2, If God Will Send His Angels und die Sarah McLevelin, Angel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.